Ja, du hast es richtig angesprochen. Um um Führung zu gehen, musst du Tore erzielen. Aber ich denke, wichtiger als die Art und Weise, wie Regens wohl spielt, ist die Art und Weise, wie wir auftreten sollen. Und ich denke, diese Mentalität, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat in den beiden ersten Spielen und auch insbesondere in dem Spiel gegen Stuttgart, ist das, was schlussendlich entscheidend ist in so einem Spiel. Und das ist der Ansatz an die Mannschaft von der Einstellung her, für die Art und Weise, mutig aufzutreten, Selbstvertrauen an den Tag zu legen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir in Regensburg erfolgreich spielen werden.